Nein! 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 Alter! Servus Jungs und Mädels. Ja, äh, ich will gar nicht sonderlich groß was sagen. Wir fangen jetzt einfach mal an, ein bisschen Rocket League zu zocken. Ich hab's schon eine Weile nicht mehr gespielt, ich war aber ziemlich gut darin, muss ich sagen. Also darf ich jetzt mal von mir behaupten. Aber ich hab's immer auf Playstation gespielt und jetzt hier mit Xbox Controller und, äh, auf dem PC. Ja, ist glaube ich gewöhnungsbedürftig, aber wir schauen mal, wie es wird. So, ein bisschen das Kabel zurechtgelegt, weil das packe ich gerade gar nicht. Ich weiß noch gar nicht genau, was wir spielen. Ich glaube, ich fange einfach mal schlicht mit dem Duell an. Ich, äh, hab hier leider kaum was zum Anziehen. Also ich bin wirklich blank hier am PC. Ich hab weder gescheite Kopfsätze, äh, Dachaufsätze oder Reifen oder Tarnungen. Das hab ich alles gar nicht. Auf der Playstation hab ich sehr viel Zeug davon. Also stellt euch, stellt euch, stellt euch, stellt euch einfach vor. So, als hätte ich ganz, ganz viel Zeug, okay? Äh, dann. Ja, alles klar. Okay, achso, ich trete bei. Hä, achso. Wie jetzt? Hä, was geht jetzt ab? Hä? 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 Ja, wie jetzt? Ja, wo ist er denn? Wow. Wow. Okay, das war ja schon mal nix, ne? Wow. Ah, ich hänge jetzt. Okay. Ey, cool, neue Reifen. Ziehen wir gleich mal an. Warum auch nicht? Krasse Sache. Erstes Game gewonnen. So, wen haben wir denn da als Gegner? Ich weiß gar nicht, auf welchem Level ich hier am PC bin. Aber nicht allzu hoch, glaube ich. Kommt der auch mal rein? Veteran. Ja, gucken wir mal. Was ist das jetzt hier? Wie gesagt, ich will nichts versichern. Ich will hier nichts behaupten. Das ist noch nicht drin, Alter. Der ist noch nicht drin. Warm, Alter. So. Pass auf. Der geht so rein. Ah, du. Ich gebe mir jetzt auch ein bisschen Mühe, nicht so viel zu fluchen, weil mir wird oft gesagt, dass ich vielleicht doch ein bisschen hin und wieder zu fluchen, zu wackeilzigen Ausdrücken komme. Und ja, das tut mir natürlich auch voll leid. Aber nein. Manche haben es einfach nicht anders verdient. Ja, der zum Beispiel. Weil er hatte jetzt schon eine krasse Chance, ne. Schaut euch das an. Jetzt habe ich natürlich keinen Boost, ne. Aber ich hau ihn trotzdem rein, Alter. Ich schwöre hier. Bam, Alter. Naja. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Starker Auftritt kriege ich von Steam. Alles klar. Ja. So. Hol das auf. Also mein Gott, ja. Ist halt nur ein Tor, ne. Aber den hält er. Scheiße. Oh, fuck. Äh. Come on. Ja, vielleicht kann ich den von der Wand holen. Ich... Boah. Ja. Versuch was wert. Ich versuche es immer wieder. Aber manchmal geht es auch voll in die Hose. Der Gegner catcht den Ball und haut sofort das nächste Tor rein. Oder es läuft gut. Äh. Scheiße. Oder nur halbwegs. Oh, fuck. Oh. Oh. Bei sowas... Bei sowas könnte ich mir in die Fresse holen. Äh. Ah. Das hasse ich, wenn das passiert. Fuck ich gar nicht. Ne, den erwische ich nicht mehr. Versuche ich das gar nicht. Sonst fliege ich in eine halbe Stunde durch die Luft. Ja, Mann. Ich merke schon. Ich bin... Ich bin ein bisschen eingerostet. Okay. Ich spiele... Ich habe ja schon gegen härtere Gegner gekämpft. Gegen, äh... Legendäre und... Äh... Rocketiers. Spricht man das so aus? Ich denke schon. Sag mal, Junge. Hör auf mich zu rammen. Hör einfach auf mich zu rammen. Das hältst davon. Äh. Komm schon. Ja. Ich glaube, der gibt jetzt mal demnächst auf. Weil... Ich hätte da keinen Bock mehr zu spielen. Wohl er hat noch drei Minuten. Also... Braucht man nur nichts sagen. Loll. Ich dachte, der ist vor. Ich dachte, der geht auf die Mitte zu. Ich dachte, der geht auf die Mitte zu. Junge, hör auf mich zu rammen. Ja, fuck, Alter. Was war denn das für ein Scheiß? Ja, ja, nee. Also, schön war das Tor jetzt echt nicht halt, ne? Schön war das halt wirklich nicht. Er hat das Spiel verlassen. Ja. Ich... Sag jetzt einfach mal, ich bin zufrieden. Ich denke, das darf ich jetzt auch sein. Also... Ja. Semi-Profi, okay. Das ist ein schlechterer Rang als der davor. Aber das muss nichts heißen. Ne, ich hab schon genug Semi-Profis gehabt, die mich auch gefickt haben. Lol. Ja. Ja, siehst, siehst, siehst. Bäm, Alter. Blockt. Nut. Scheiße. Ah, nein. Geh hinter, Junge. Geh hinter. Geh hinter. Geh hinter. Los. Bamm. Da ist er wieder vorne. Wo er hingehört. Komm, versuch's. Boah, leck. Jawoll. Schönes Ding. Ja, so will ich das sehen. Gefällt mir. Gefällt mir. Das war schön. Das war schön. So, jawoll. Den haben wir auch gleich auf seiner Seite kauen. So gefällt mir das. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ja. He, he, he. He, he. Tja. Tja, tja. Das war nix. Ne, das war nix. Ne, er läuft gut bis jetzt. Aber wie gesagt, ich fühl mich jetzt noch zu krass. Weil, wie gesagt. Ich bin... Ich weiß nicht. Ich hab ihn jetzt kaum spielen sehen. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich ein Semi-Profi ist. Ja, also Reifen. Seine Reifen sind fesch. Also, ja gut. Ich kann das jetzt echt nicht deuten, ob der jetzt... Ob der jetzt Semi-Profi ist oder nicht. Aber den Eindruck, den hab... Hab ich jetzt auch nicht, dass er legendär ist oder so. Ne, also... Ich mein, ich kann ihn immer gut die Bälle rausnehmen. Ich mein, ich glaub, ich bin ein Veteran eingestuft. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen unfair. Aber wie gesagt, ich hab wirklich keine Ahnung, ob ich jetzt grad voll gut bin oder nicht. Weil ich eben anscheinend nur gegen... Warum, sorry? Nur gegen... Äh... Semi-Profis und Profis und so spiel. Deswegen, keine Ahnung. Kein Problem, danke. Alles klar. Äh... Oh. Scheiße. Jetzt hab ich was falsch gemacht. Ja, fuck. Ich hatte gehofft, der geht nicht rein. Aha, sorry. Unnötig. Ja, ich wollte den Vorsprung gehen. Wollte den Vorsprung gehen. Say. Ist doch klar. Wär ja langweilig sonst. Ach ja, und übrigens, sorry, dass meine Haare patschnass sind. Also, es liegt einfach daran, dass es arschheiß ist, heutz... In der letzten Zeit. Und... Und es... Ich weiß, ich... Ich hoffe, ihr wisst, wie es mir geht. Ich... Ich lebe in einem Dachgeschoss, ja? Also... Ich hab hier auch ein Dachfenster und alles. Und es ist einfach nur arschheiß. Scheiße. Es ist einfach nur arschheiß. Ja. Und hier in Deutschland packt man das einfach nicht. Also... Ich wäre am liebsten jetzt am Strand in Kreta oder so. Und... Würde einfach... Oh, nice, Junge. Das war geil. Das war nice. Äh... Und würde am Strand chillen, weil... Ich meine, ihr kennt das, oder? In Deutschland, wenn es warm ist, so 40 Grad, ist das die Hölle. Aber wenn ihr im Urlaub am Strand seid, ist das voll geil halt, ne? Da macht es euch halt nicht so viel aus. Es ist einfach so dreckig hier in Deutschland. Das ist ekelhaft. Ja. Naja, was will man machen, ne? Ich kann nur auf seinen Urlaub warten. Mal schauen, ob wir heute noch einmal verlieren. Das wäre mal interessant. Also nicht interessant. Ich meine, das wäre mal... Das wäre mal was. Wir hatten jetzt schon... Zwei Gegner und die waren sehr, sehr einfach. Muss ich jetzt einfach so sagen. Das war jetzt wirklich nicht schwer. Ja, okay. Ja. Dazu brauche ich nichts sagen, oder? Blöd gelaufen. Blöd, blöd gelaufen. Was für eine Parade. Ja, fick dich, Alter. Was ist denn das denn jetzt für eine Aktion? Diese Leute, die immer provozieren. Oh, ich glaube, der ist schon mehr auf Zack als die anderen, glaube ich. Was ist denn das? Ah, wissen wir nicht. Die sind es meistens. Na komm. Na komm, na komm, na komm, na komm. Scheiße. Willst du ihn mal hitten, oder? Nein! Verpiss dich! Nein! Nein! Definitiv nein! Oh, scheiße. Das erste Mal im Rückstand. Heute. Aber das machen wir jetzt wieder gut, Alter! Bam! Jawoll. Ja, sorry, ist noch mein Handy. Vielleicht mal schauen, wer schon wieder was von mir will. Bam! Scheiße! Nein, komm schon! Ja, okay. Den hätte er schon direkt aufs Tor hauen können. Also normalerweise macht man das so. Ja. 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 Oh, fuck, Alter. Ey. 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 Ja. Ja. Voll meine Schuld. Also das war schon meine eigene Schuld. Nein! So fliegen bin ich gar nicht mehr fit. Okay. Okay, jetzt habe ich keinen Boost mehr. Oh mein Gott, Alter. Mann! Den hätte ich schon treffen können. Aber ich lasse ihn nicht an den Ball. Ich lasse ihn nicht. Okay. Jetzt schon. Jetzt lasse ich ihn nicht mehr an den Ball. Jetzt lässt er mich nicht an den Ball. Oh, nö, Alter. Ne. Bitte. Jetzt gib mal mal Gas, Alter. Ich muss mal hin. Machst du jetzt kein Tor. Das kannst du knicken. Leute. Leute, Leute. 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 Ne. So nicht jetzt. So echt nicht jetzt. Ne, 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 ne. Schön! Jawohl! Oh. Oh. Hey. Okay. Okay. Ich nehme alles zurück. Danke. Cooler Kollege. Cooler Kollege. So was mag ich. Wenn man gelobt wird. Gut, es ist jetzt kein Wettkampf. Ne, im Wettkampf sah es vielleicht anders aus. Da würde man sich eher wieder beleidigen. Oder sagen, hey, du lucky bastard oder sowas. Ja, sowas. Sowas um den Dreh hört man dann. Okay. Ja. Ne. Dafür entschuldige ich mich. Ich habe mich voll weggehauen. Das war schon. Das war schon ein bisschen scheiße halt von mir jetzt. Oh, das war. Oh. 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 Scheiße. Ach komm. Ja, komm. Gib auf, bitte. Aber das erste Mal, das erste Mal war ich im Rückstand. Muss man jetzt einfach mal gesagt haben. Auch wenn es, naja, jetzt nicht das krasseste Tor war. Aber hey. Oh, der wäre sogar, der, der, hey, der. Ich glaube, der wäre schon ins Tor, oder? Wenn er nicht im Weg gewesen wäre. Hat er aber gut gemacht. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. So. Geblockt. Und. Ne. 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 Ne, da wollte ich jetzt eigentlich was anderes machen. Und, mal schauen, ob er fliegen kann. Leider nicht. Muss ich leider ausnutzen. Komm jetzt. Tu dir das doch nicht an, Alter. Ich hätte schon längst aufgegeben. Kann man hier aufgeben? Ist doch gar kein Wettkampf. Ey, ich spiele hier nur Wettkampf. Ich glaube, ich sollte jetzt mal Wettkampf spielen. Nochmal ein paar Runden Wettkampf danach. Hätte ich jetzt mal gesagt. Au. Come on. Bring it on. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Oh mein Gott. Das ist ein Direkt. Ne, okay. Glück gehabt. Oh, leck. Okay. 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 Ne. Ne. Das wäre schon geil gewesen. Scheiße. Scheiße. Nein. Nein. Ich Idiot. Ja. Ja. Voll mein Fehler. Voll mein Fehler. Gönne ich ihm, aber. Respekt dafür, dass er noch nicht. noch weiterspielt. Echt. Hätte ich echt keinen Bock drauf. Ja gut, wenn ich aufnehme, glaube ich, würde ich schon weiterspielen. Aber. Ja gut. Komm jetzt. Willst du jetzt noch eine Minute lang durchmachen? Leute, also. Ja. Das Spiel ist gewonnen. Muss ich das noch sagen. Come on. Au. Neid on. Warum habe ich denn das schlechte Ping? Lol. Woher hatte ich jetzt die schlechte Ping? Ich gönne ihm meinen Angriff. Komm, greif mal voll an. Mit allem, was du hast. Ich mache jetzt erstmal nichts. Ich mache die 10 Sekunden, mache ich nichts. Ich lasse ihn jetzt aufs Tor kommen. Komm, hau drauf. Komm, hau drauf. Hau drauf, Junge. Schade. Naja. Ich habe gesagt, wir probieren mal Wettkampf aus. Letztes Match. Schauen wir mal, was der kann. Ich will jetzt was Spannendes. Okay. Okay. Geht schon mal richtig ran. Der geht 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 ran. Oha. Oh mein Gott. Jetzt habe ich den Ball echt hingegeben, Alter. Gib Gas, Junge. Als ob. Nein. 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 Alter. Verzieh dich, Alter. Verzieh dich. So, komm. Der kommt. Der kommt. Ja, ich merke sofort, der kann was. Der ist schon hartnäckiger. Naja, gut. Der ist drin, ey. So, gut. So weit, so gut. Komm, skippen. Auf geht's. Wir wollen das richtige Game hier haben. Ja. Nein. Was mache ich denn? Ey, ich schenke ihm wieder ein paar Bälle, ey. Komm. Bring it on. Bring it. Nope. Oh mein Gott, ja. Genau. Lauf, fahr um den Ball herum. Das war mein Ziel. Nein. Hop, 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 hop. Schön über ihm gespielt. Und jetzt. Oh mein Gott, was ist denn das? Was war denn das? Wieder über ihn gespielt, aber ich komme viel zu langsam hin. Oh, lol. Ne. Nein. Nein. Come on. Ich bin zweites Tor. Ich muss, ich muss safe sein. Ey, Handy, halt jetzt die Fresse. Alter. Alter. So, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Nein. Wie kann ich denn das verkacken? Ah, Mann. Alter. Aha, aha. War voll geplant und alles. Ja, genau. Jetzt kann ich nicht hin, Alter, der mich weggerammt hat. Das ist unglaublich. Leute. Okay, komm. Ja. Ach, leck mich doch. Nein, du machst jetzt kein Tor. Nein. Nein, nein. Nein. Nein, 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 nein. So läuft das nicht. So läuft das hier nicht bei mir. Loll. Aber so. Oder was? Ich schenke dir Bälle. Ah, fuck. Na gut, wäre eh ein Quetscher gewesen. Kann ich nicht wirklich stolz drauf sein. Komm, schau. Jawohl. Und nochmal. Jawohl. Nein. Jetzt hat er mich dreimal kramt, oder? Oder zweimal? Keine Ahnung. Hm. Das wäre auch nicht optimal. Ey. Hab keinen Boost. Scheiße. Gutes schon mal, dass ich ihn weggerahmt hab. Nope. War ich jetzt schneller. Oh, scheiße. Ey, wie viel Boost hat denn der? Jetzt nimmt er mir den weg. Ah, ich hätte auch nicht zum Boost gehen sollen. Ich hätte einfach zum Scheiß Ball gehen sollen. Hätte ich schon letztendlich das zweite Tor reingemacht. So, jetzt hau. Jetzt hau raus, Junge. Jawohl. Jawohl. Jetzt hopp, 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 hopp. Oh mein Gott, was ist denn das? Das ist nicht das Tor, das ist die Wand. Ja, aber jetzt komm. Jetzt. Schön. So. Oh. Ja, das wird jetzt schwer für ihn, das einzuholen. Die Weird Pinguine. Das wird schwer. Aber er war bis jetzt der anspruchsvollste, muss ich sagen. Aber, ja. Auch nicht schwer. Am Anfang dachte ich wirklich, er wird ein wenig... Ja. Da ist er weg. Wunderbar. Ja, Leute, ich hätte gesagt, wir belassen es erstmal dabei. Mal schauen, wann ich vielleicht nochmal zocke. Andere Infos zu meinem Kanal gebe ich jetzt erstmal nicht, weil ich möchte keine Versprechungen machen, wie es jetzt läuft. Wir machen das eher locker. Flocke ich jetzt so. Äh, es werden auf jeden Fall Videos folgen, wann auch immer. Ich hoffe dennoch, die Leute, die das jetzt angeschaut haben, hat's gefallen. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da oder gebt ein Like, wenn ihr wollt. Kommentare lese ich mir immer durch. Antworte auch gerne. Und, ja. Haut rein, macht's gut. Ciao.